Wir biegen hier an der Stadtmühle in die Gerbergasse ein. Sie trägt ihr Namen zurecht. Schon Ende des 16. Jahrhunderts kamen die Hugenotten nach Anweiler und brachten das Gerberhandwerk mit. Die Häuser der Gerber erkennt man an den Dachabstufungen, die als Trockenspeicher für die Fälle dienten. Hier in der Gerbergasse sind die meisten Häuser nach diesem Prinzip erbaut. An den Schlusssteinen mancher Hauseingänge ist das Zumpfzeichen der Gerber noch eingemeißelt. In der Hochzeit waren ca. 36 Gerbereien hier in dieser Gasse ansässig. Das Wasser der Gweich war zur Ausübung ihres Gewerbes sehr wichtig. Auch die benötigte Eichenrinde zur Herstellung der Lohr war in den Wäldern hier rund um Anweiler zur Hauf vorhanden. Die Bewohner aus dem benachbarten Äußertal haben ihren Spitznamen, die Schälbrichel, aus dieser Zeit. Sie schälten die Eichenstämme und Äste und verkauften die Rinde an die Gerber. Noch heute wird daher in Äußertal die Schälbrichelkerbe gefeiert. Diese und noch viel mehr spannende Geschichten erfahren Sie bei einer Gästeführung mit Erwin Unger sowie seinen Kollegen und Kolleginnen. Das Gerben erforderte mehrere Arbeitsvorgänge. Zuerst wurden die geschlachteten Tiere eingesalzen, damit sie nicht verderben. In der Gerberei angekommen, band man die Tierhäute an Pflöcke und legte sie in fließendes Wasser, um das Salz wieder auszuwaschen. Daher stammt auch das Sprichwort, ich sehe meine Felle davon schwimmen. Danach wurden die Häute über den Schabbaum gelegt. Mit dem Haareisen, das man mit zwei Händen gehalten hat, konnten die Haare entfernt werden. Letzte Fleischreste wurden mit dem Scherdegen abgeschabt. Anschließend mussten die Häute gewaschen und in die Lohgruben gelegt werden. Zwischen die Häute kam eine Schicht Lohe, das ist gemahlene Eichenrinde. Sie enthält das Gerbmittel Tannin, das für den Gerbprozess notwendig ist. Nach einer gewissen Zeit wurden die Häute in den Lohgruben zu Leder. Dieser Vorgang dauerte zwischen neun Monaten und drei Jahren, je nachdem wie dick das Leder war. Danach wurde es wieder aus den Lohgruben herausgeholt, in fließendem Wasser ausgespült und zum Trocknen aufgehängt. Wenn das Leder getrocknet war, musste es noch geglättet, weich und biegsam gemacht werden. Die Häuser der Gerber erkennt man an den Dachabstufungen, die als Trockenspeicher für die Felle dienten. Hier in der Gerbergasse sind die meisten Häuser nach diesem Prinzip gebaut. An einem sandsteinernen Türrahmen mit der Hausnummer 23 findet man auch das Zunftzeichen der Gerber eingemeißelt.